Die Telekom Sport Top 5 Allianz Frauenbundesliga Ausgabe 1 Auf Platz 5, Friederike Abt, TSG Hoffenheim. Von ihr hat die Bayern-Offensive heute noch Albträume. Platz 4, Caroline Hansen, VfL Wolfsburg. Kalt und humorlos wie der norwegische Winter. Platz 3, Melanie Behringer, FC Bayern München. Königin Behringer, Herrscherin über alle Standards der Liga. So, jetzt Behringer beim Freistoß. Schön! Ja, Wahnsinn! Ein super Freistoß-Tor von Melanie Behringer. Tolle Technik. Einfach genießen. Wow, da passt alles. Der passt genau ins Kreuzheck. Auf Platz 2, Lara Praschnika. Erster FFC-Turbine Potsdam. Betreibt Aluminium-Maßarbeit. Praschnika. Boah! Schönes Tor, Lara Praschnika. Ja, das ist doch Wahnsinn, oder? Sofort die Situation erkannt, sofort gesehen, was sie machen kann mit ihrem linken Fuß. Und dann ist das perfekt abgeschlossen. Latte, Pfosten, drin! Auf Platz 1, Sarah Debritt, FC Bayern München. Tipp, Tipp, Traumtor. Debritt, das hat gut gemacht! Traumtor! Überragende Kiste! Von der Annahme über die Mitnahme bis zum Abschluss. Wunderschön! Tolles Tor! Das war die Telekom Sport Top 5 der Allianz Frauenbundesliga. Ausgabe 1. 2. 5. 7.